Juma, euer Alex wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming-Video. Heute kommt ein neues bzw. der zweite Teil eines Handy-Games. Heute machen wir einen zweiten Teil von Temple Run. Jawohl, ein weiteres Handy-Game. Jawohl, habt ihr euch gesehen, den neuen Hintergrund habe ich extra neu gemacht. Jawohl. Jetzt geht es auch gleich los und los geht's. Jetzt rüber. Und so, jawohl. So rüber. So. Und dann wieder rüber. Und hier drüber. Und dann wieder rüber. Und dann wieder so. Jawohl. bis da rüber und unten durch, viele Münzen muss ich einsammeln und so rüber. Ui, jetzt habe ich Glück gehabt und wieder Doppelglück, ich sonst Pech um, ich habe auch wieder Glück. Lieber, seit etwas Glück und jetzt schon zwei Kilometer, oh jetzt habe ich es nicht gesehen, aber es war zu spät, aber ich habe es immerhin, das sind jetzt zwei Kilometer. Ich glaube gleich weiter, ich habe irgendwie mehr als zwei Kilometer, dass ich die färbe. 250 schon, da rüber, jetzt wieder halben Kilometer habe ich schon, nach rechts, oh jetzt wird es unter den Baum durch, wieder unter den Baum durch, wieder unter den Baum, oh da geht es runter, da kann ich unten durch, ja dann kann ich auch unten durch, wieder nach oben, unten durch, unten durch, drüber, unten durch, drüber, wieder unten durch, uuuh, knopp, wieder da unten, ein bisschen, ah jetzt bin ich runtergefallen, leider nur eineinhalb Kilometer, leider nicht so viel, wie ich vorher geschafft habe, und so schlimm, machen auch wieder weiter, wie noch noch zwei, drei Mal, drüber, über den Baum, nach links, am Kilometer schon, ja nach links, uh ein riesen Jump, wieder ein riesen Jump, kann man das eigentlich, oh nein, bin ich schon untergefallen, was gibt es doch nicht, bin ich schon runtergefallen, das wollte ich aber nicht, oh das ist jetzt blöd, jetzt, ja dann machen wir halt, jetzt noch einmal, zweimal, hoffentlich, komme ich weit, über den Baum, ein Kilometer wieder, schlecht, aber wir müssen, ah, schon wieder runtergefallen, das gibt es doch einfach nicht, dann lassen wir die ganze Zeit runter, also weiter, 250 Meter, 1,000 Kilometer schon, wieder rauf, da unten durch, da rüber, da rüber, einen Kilometer, habe ich schon geschafft. Etwas besser. Und jetzt geht er uns in den Baum durch. Eineinhalb Kilometer, nicht schlecht. Wieder rauf. Nein, jetzt bin ich rausgefallen. 1,87 Kilometer. Ijejei. Weiter nicht. Es geht aber wieder weiter. Oh, jetzt. Wenn dieses nicht so gut ist, dann mache ich noch einmal. Aber wenn dieses top ist, dann ist das letzte Mal. Für heute. 1,87 Kilometer habe ich jetzt schon. Nicht schlecht. Ui, jetzt habe ich Glück gehabt. Bäh, fast runtergefallen. Habe mich aber noch gefangen. Sehr gut gemacht. Ein Kilometer. Kommt, darf ich noch einmal ein? Top-Resultat. Schön gemacht. Unten durch. Unten durch. Wieder unten durch. Unten durch. Nach links. So, wieder nach oben. Könnte vielleicht unser heutiger Highscore werden. Nein. Nein. Hätte ich jetzt nicht. Hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber. Leider hat es nicht gereicht. Machen wir noch einmal. Mal. Der letzte. Heute. Der letzte. Der letzte für heute. Alben Kilometer. Habe ich jetzt schon geschafft. Ist schlecht. 750 Meter. Nein. Bin ich zu weit. Bin ich zu weit gejumpt. Leider. Zu. Weit gejumpt. Aber wir machen noch einmal. Eine Zugabe gibt es noch. Krieg ich das letzte Mal jetzt. Die Zugabe. Kleine Zugabe. Für euch. Extra. Für euch. Unsere Fans. Die wir lieben. Jetzt. Jetzt. Schaffe ich es gleich mal. Einen Kilometer. Jawohl. Einen Kilometer geschafft. Das wäre jetzt dann wirklich eine riesen Zugabe. Aber es wird sicherlich ein Top Run. In der Westen. Ob es der Beste ist. Nicht. Das war überhaupt der Beste. Ich weiß gar nicht. Etwas mit zwei Kilometer. Es sieht glaube ich langsam so aus. Ist mir aber rausgefallen. Ich glaube. Ich weiß nicht. Könnte sein. Könnt ihr ja schauen. Ob es der Highscore war. Das war es also jetzt mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Schau. Abonnieren. Nicht vergessen. Und etwas in die Kommentare schreiben. Dann. Wir sehen uns. Bald wieder. Wahrscheinlich. Bald auch. Oder? Wochenende wieder. FIFA sitze in Karriere Modus. Genau. Tschüss. Tschüss. FIFA sitze in Karriere Modus.